Also ich bin mit dem Herrn spazieren gewesen im Grünen und der Wind ist ganz sacht geblasen und die Baumhübler haben sich bewegt und er hat mich einfach umarmt. Und dann hat er mir ein Zitat gesagt, das ich schon einmal als prophetisches Wort bekommen habe, als ich noch sehr jung war, ein Teenager noch war. Und dann habe ich gesehen, dass ein weißer Vogel weggeflogen ist, ein kleiner. Und dann habe ich gesehen, dass er sich verwandelt in einen weißen Adler und dahin die Begle. Und dann habe ich ihn gefragt wegen den Engeln. Und es haben schon zwei Leute gesagt, dass ich vier Engel habe. Und ich habe den einen, den großen, gesehen. Und der große goldene Engel ist ein großer goldene Engel mit einer römischen Rüstung. Und er hat eine Posaune oder eine Trompete oder sowas. Und das hat er geblasen. Und er hat ihn geblasen. Und da sind ganz viele andere Engel auch noch gekommen. Ja, dann habe ich noch einen weißen Engel gesehen. Den Engel, den ich zuerst da gesehen habe. Mit dem Bogen. Ah, mit dem Aero. Ja, den habe ich auch gesehen. Und dann habe ich noch zwei kleine gesehen. Und da hat er mir gesagt, das erklärt er mir später. And then I saw two other small angels and he told me he will explain it later to me.